recht herzlich willkommen zur 130 folge von simotrans ja hier war es neu gekommen also wir hatten altenau radolfzell und döbeln wo wir jetzt eine bushaltestelle jeweils bauen müssen und wir hatten hier natürlich auch noch das verkehrsproblem dass irgendein lkw an einem platz wollte der belegt war da müssen wir mal gucken wie das sich hier ergibt fast die vermutung dass es mit dem milch lkw zu tun hat so eine milch lkw oder die milch kam von dort drüben sagt schon hier drüben und das liegt ja dann auch an dem markt wo die milch herkommen der ist ja wahrscheinlich hier hier kommen die milch weg oder wo ne die kommen von irgendeinem bauernhof der da ganz hinten irgendwo ist hier kommen die milch weg und davon aber wieder lkw ist mit milch also bedeutet das doch es wird wieder milch gebraucht naja sieht wohl so aus gut aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt erstmal die bushaltestellen fertig jetzt habe ich voll daneben geklickt so was haben wir gesagt altenau oder adenau ich glaube es war adenau alte neues hier oben aber da ist ja meistens nix na genau damals adenau hier da ist schon was macht die erst zu nehmen so gucken dass wir hier ausbauen da oben war das fit und hier unten auch was ist darum alles klar gut dann ist die haltestelle hier brauchen wir nur weiter nach oben ziehen die straße ja 1 1 2 3 und ich glaube die vierte ist dann die haltestelle heute meistens hier auch diese über eck gemacht worden ja okay aber ist nicht schlimm das so ja hier ist die dann da das heißt die muss auf dem stück das heißt wir müssen sie doch hier auch um die ecke ziehen aber so sodann ja der bus ist dann da ja ist egal wie rum und der postkasten ist dann hier und dann haben wir diese fläche da nicht gemacht super oder wenn wir dann irgendwann mal schauen wie es sein muss damit diese fläche auch es vielleicht ist ja nachher eine straße da oder so kann auch sein so das heißt jetzt der stadtbus muss geändert werden die dann schon richtig cool aussieht ne adenau rad ne polstraße da ist er aus deutsches rathaus baustraße aus deutsches rathaus ok ja dann würde ich sagen wir dann einfügen hin fügen da ein und fügen da ein ach so dass wir die jubil alles klar jetzt ich habe gerade ja das passt müsste so laufen dann müsste so funktionieren ich hätte nur ein bus ok und die von zwei bullies für die post ist das denn so richtig der erste denn so voll dass es zwei sein müssen und fährt er jetzt lang da ok gerade bei dem berg da 12 ok aber macht der bus der ist mit 13 unterwegs mit 36 ok der muss kann so bleiben fährt zwar keine großen gewinne ein aber fährt erstmal ok jetzt fährt er wieder zum rathaus der kleine bulli der fährt plus und der fährt ein bisschen minus ja schwierig ne der war aber gerade ganz weit weit weg ne da hinten glaube ich bei einer hühnerfarm da so hat er 17 sagt post und der bus ist voll ok fährt er jetzt hin nach der polostraße und zum jupiter weg und dann wieder da müsste das klappen na ja jupiter wirklich gut passt die vierer aber trotzdem aufgenommen naja wo hält er an hier oder da oben hier gut kam aber jetzt keine post dazu jetzt wird er noch mal paulo straße an oder paul straße da kriegt er noch mal acht stück dazu die anderen bahn auch vom rathaus dran alles klar ja passt der ist beim betriebshof da unten jetzt gleich der bus 13 fährt jetzt zum sattelstraße sattelstraße ok bus ist wieder voll muss man gerade gucken wo war er hier war wie bestehen denn dann noch ok da warten noch 46 passagiere ich glaube da haben wir doch noch ein problem mit dem bus dann sollten wir doch noch ein hier drauf setzen jetzt hat er zwar nur noch sieben aber irgendwie 46 stehen lassen ist natürlich schon eine nummer naja ich glaube da machen wir noch einen drauf haben wir auch noch welche im depot stehen hier aber hier ist das ich glaube den sitzen wir dann mal gerade auf den stadtbus adenau mit auch wenn er nicht genug fährt aber ist so läuft erstmal weil der lässt uns nahe da zu viele stehen und er ist jetzt hier voll das bedeutet dass das geht sich am ende recht das ist gut oben haben wir umgebaut passt jetzt müssen wir ja nächste stelle haben die wir umbauen und das ist hier irgendwo bei radolfzell wo war das jetzt weiß ich gar nicht mehr da was hier unten nenne da oben falsche taste erwischt da oben wächst und gedeiht ist die bauen uns da so schlechthin wahrscheinlich kann man da nicht richtig bauen aber nicht ein machen würde wäre es verkehrt das ist eigentlich egal wo händer es muss abdecken und zwar hier am besten wohl er kommen zack und das war die haltestelle an die post stelle da geht es nicht wegen kreuzung also geht es nur da ist so fertig gut dann stadtbus radolfzell ist das damit wir jetzt gucken linie ändern kloster bauerei mäßt es sein ne bitte richtig dann oder tschemühle fährt er da hoch dann fährt er wieder runter die resten erhalt hier los der bauerei die seebacher allee wo sind die da die die hinter straße selber okay seebacher allee da das bedeutet da einfügen dahin dahin und dann passt es noch sollte funktionieren hier oben ist schon die nächste stelle wo gebaut wird hier sind schon zwei flecken dazu gekommen naja okay und hier ist auch schon stück straße aber da ist noch kein häuslein zu die stadt wächst und gedeiht weiter guck mal hier sogar auch schon was hingekommen naja das wird werden hier na gut dann haben wir das auch noch wer war das jetzt hier das war der in adenau nach der bus ja damals ein hingeschickt dann kann dazu und dann brauchen wir noch mal was in dübeln da könnte jetzt auch schon wieder ein stau in der stadt sein ist es aber nicht weil der milch lkw weg ist so und hier aber jetzt aber hier unten das zu bauen hier oben ist noch gut das heißt jetzt muss eine bushaltestelle hin zaubern das war die bushaltestelle als erstes an die wäre also hier hin zu machen gucken wir mal dass wir es dahin gezaubert kriegen so oder und dann die stelle dahin so und den postkasten nehmen wir natürlich auch hin wir machen dann dahinter schon ein bisschen mehr geworden dadurch gut das kann weg linie aufrufen für böbeln die auch plus wert linie ändern und das ist konrad so da oben ist es ja das macht ihr unternehmen konrad bei jeder bei ihr töbeln so mittelalter die kirche wo ist die da dann fährt er dahin ach so der macht ja den vollen rund kurs ne ich glaube wir machen das hier aber anders da noch mal ein dingens einfügen dann fährt er hier hin dann wieder dahin und dann zum mittelalter den rathaus zurück und dann zum platin gasse die ist da oben das ist besser so denke ich mal soll laufen oder sollte laufen und hier sind alle schwarze zahlen also uns können wir wissen es noch gucken wie wir hier stehen über töbeln waldweg hafen das ist rechts und das andere ist über adenau oststraße rathaus das ist alles schiffsverkehr oder was ne artenau ist ja hier über landverkehr da kommt doch gerade einer kann man klicken dann müssen wir da mal was machen der bringt jetzt wieder passagiere hin oder und holt natürlich ein paar weg voll voll wird das werden voll hin bringen voll zurück bringen genau ja stellt sich die frage wo ist der bahnhof hier und erfährt da lang und da lang vielleicht sollten wir den bahnverkehr hier mal verlängern und schauen dass wir hier rum kommen ja würde ich mal sagen ihr wartet auf eure strecke ist aber kein problem weil der dingens ist ne sonst keiner lang fährt nur die ne gut okay ja ich glaube wir sollten hier mal den personenverkehr noch fördern indem wir hier noch einmal rüber ziehen denke ich mal ne und dann da ein bahnhof hin zaubern sollten wir mal gucken dass wir das vielleicht hier machen indem wir mal gerade eine straße bauen die straße sollte besser so gehen diese beiden stellen nehmen wir dann weg und da bauen wir schon unser gleis gerade hin für die eisenbahn damit die stadt das nicht wieder zu baut und dann wissen wir nächstes mal dass wir hier vorrechte haben können es natürlich auch gleich kommen durchziehen einmal schnell oder doof ist dass er das alles gleich weg macht hier immer weiß gar nicht warum das hier nicht schafft da zu bauen da kommt es hat bis dahin ein bisschen hier rüber da da auch schon wieder die schwierigkeit dann ich da auch nicht hin so und der steht ja nur da dann würde ich jetzt mal sagen brauchen wir ganz normale signal oder hier für und jetzt wollen wir dann eine ausweiche ja 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 so passt schon oder da ist eine ausweiche hier stellt sich dann die frage wenn der andere zog kommt was machen wir dann haben wir schon schlau zweigleisig gebaut sozusagen kommen wir mal hier noch ein zweites zweite ausweich möglichkeit hin und dann ist das alles gut oder passt passt so so ja hier muss eine bahnsteig dann hin ich denke mal vier stück sollen reichen so und dann zum block schuppen hier also da und dann machen wir einen triebwagen drauf nach passagiere ja mhm so ein schweinetaxi das wäre schon cool ne kann man mehr dran machen ne so jetzt haben wir hier 150 oder was mehr gehen nicht ja fährt da fast die geschwindigkeit alles klar und dann braucht er noch einen fahrplan und dann würde ich sagen machen wir das mal da hin da hier ist ja nichts zu holen ne dann können wir gleich da durchfahren dahin ne und das ist eine neue linie hier und die heißt drübeln drübeln wadolph z z ja weiß ich nicht wie man die nennen könnte fernzug über den rollaufzellen wir das jetzt mal zack neue linie und starten zentrieren und zuerst lang fährt passt 216 passagiere jetzt ziemlich langsam unterwegs noch verfolgen wir den mal und machen gerade noch schneller und 216 passagiere so nur gucken mit dem bussen das ist nachher weg ist noch okay da waren die ausweichen schon mal nicht benutzt rückweg 207 passagiere auch gut noch mal 216 hat sich schon rentiert glaube und wie nimmt er wieder mit 139 ok die eine richtung ist natürlich die extremer jetzt 216 kriegen gut das bedeutet der zug läuft wir müssen dann aber nur schauen dass wir halt im bus hier unternehmen die buslinie weil den brauchen wir dann ja eigentlich nicht männer guck mal gerade das wie ist denn der fernbus hier gestrickt aus deutsches rathaus klosterbauerei ok da müsste nur dann das letzte ende nicht fahren dann müssen wir da die linie ändern das können wir löschen radovc 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 naja das passt dann ist das alles gut ja der hat noch mal 68 geladen jetzt stehen da natürlich noch 800 leute die noch irgendwie zum waldweg kaufen wollen aber die müssen anders weggeschaufelt werden läuft ne kriegen wir alles hin noch nicht in dieser folge deswegen würde ich sagen wäre schön wenn ihr nächstes mal wieder mit dabei seid und ich bedanke mich für zuschauen bis dann tschüss